Jetzt denken wir die zwei Sachen zusammen, die wir gemacht haben und machen hier Überraschungen zu. Wir machen zuerst einen Rundschritt von uns. Rückplatz, Sein, Rückplatz, Sein. Dann machen wir Rückplatz in den vollen Schritt und Kreuzschritt, Stopp. Dann wiederholen wir das Ganze, aber das machen wir in der Reihe im Seinfekt. Rückplatz, Sein, Rückplatz, Sein, Rückplatz, Sein.